Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge The Culling, mit mir im Team weiterhin der unglaublich starke Dado-Karte. Guten Tag, Kunran. Ich bin eingesperrt in deiner Box. Das ist, ach, ich hab Platzangst. Adi Amo! Die ist echt stark. Wo hatten wir eigentlich den Revolver gefunden? In ner Kiste. Einfach ganz normal in ner Kiste. Das war, ja, das war kein... Also, in so nem Schrank. Ja. Das war nichts besonderes, ey, das ist aber bestimmt super selten. Ja, ich frag mich immer noch, ob's wirklich die Kettensäge gibt. Die man in dem, ja... Die man sehen kann im... Nicht im Intro in der Cutscene. Ich bin an der Gas Station. Man sollte sich vielleicht wirklich schon mal so die Namen merken, wenn so ne Pinatas kommen, weißt du? Also das, was die Wetterstation halt ist. Ich bin hier wieder, was wir dachten wär die Wetterstation... Ja, okay. Was wir dachten wär die Wetterstation. Einmal... Das steht da, wenn du da hingehst. Ja, ja. Also wenn du das Gebiet verlässt und wenn du ankommst und so, das steht da. Bandage und Flair? Bei mir kommt schon einer. Egal, ich hab'n Hammer und Pfefferspray. So, da war leider nix mehr. Ich hab' jetzt ne Bandage noch. Ich hab' hier einen Stein mit. Kann ich mir wieder ein Blas machen? Monitore! Ah, wieder eine volle Gruppe. Kennt man wieder einen? Hä? War er schon tot? Ach komm, ich mach mir ein Messer. Suicide? Draußen, aber hier vor mir craftet einer alles. Also der macht da im Wald Stress. Ja, Suicide ist der eine. Ich sollte mich vielleicht nicht von dir entfernen. So. So ne kostenlose Kiste wär toll. Guck, ich hab' oben bei dem Radiosender, hab' ich einmal nen Flair auf jeden Fall hingestellt. Bei mir ist ein Zweierteam, aber nur einer bewaffnet. Könnt' ich also vielleicht beide holen. Ich hab'n. Ah, Shade, Poison. Ah, die haben nicht nen Blasrott direkt gecraftet. Na komm, nimm doch das. Kannst du mir entgegenlaufen? Ja, bin ich dabei. Ich hab' ne Platz. Ich hab'n Fernseender für ne Bombe. Und die Bombe dazu. Echt? Ja. Das ist ja auch geil. Also wenn du in meine Richtung kommen kannst und die dir folgen. Ja. Oh shit, da ist noch einer zwischen uns. Da ist noch einer zwischen uns. Da ist noch einer zwischen uns. Da wurde auf jeden Fall nochmal komplett neu vergiftet. Also aufholen werden die. Okay, der schießt mich immer wieder mit dem Blasrohr an. Der andere rennt auf mich zu. Also ich brauch' Hilfe. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich kotze dich wieder. Komm, hier genau in meine Richtung. Da kommt ja noch einer. Genau in meine Richtung laufen. Ja, da ist ein Gegner, Kunran, bei dir. Shit. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab. Wir sind Nummer zwei. Shit. Alter. Kunran, können wir rennen? Ja. Die sind jetzt alle vier auf uns? Ja, ja, ja. Ich blute. Ich renne weiter. Achtung, renn, renn, renn. Ich musste nur ein bisschen Energie sammeln, deswegen. Okay, okay, okay. Die lassen auch ein bisschen ab. Ein bisschen halt, ne? Ich bin in dem Haus drin, Kunran. Ist okay, ja, ich bin auch dran. Und stell' hier oben, wenn du reinkommst, stell' ich oben wieder diese Stachel, Stolperdinge auf. Mach mal, ich komm, ich versuch' da reinzukommen. Ich lauf' einmal drum rum. Shit, ich hab' die Bombe zu früh gezündet, damn. Man kann den Speer nicht blocken? Weil der spitz ist, oder was? Hier unten ist eine unbewaffnet, glaub' ich. Oder? Na komm, lass' ihn nicht hauen. Komm. Fuck, ich hab' fast keine Ausdauer mehr. Ja, er ist hier genau hinter dir. Naja, acht Ausdauern nur noch. Ah, er ist in mein Schacheldraht gerannt. Nice. Okay, wir müssen aber trotzdem rennen. Ich glaub' einen Speer kann man nicht blocken. Oder? Ich hab' halt Pech gehabt. Bist du hinter mir oder er? Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Also, hier an dem großen Baum lege ich nochmal. Er hat, glaub' ich, auch irgendwas zum Schießen oder so. Ich kann ne Bandage für dich droppen. Jaja, die kann man nicht im Laufen nehmen. Nee. Hinter dem großen Baum. Hinter dem großen Baum, ja, werd' ich nochmal was hinlegen und du droppst. Liegt da. Ich hab' hier was gedroppt. Dann werden wir da bestimmt reinrennen, oder? Nee, komm, renn um den Baum, renn um den Baum, renn um den Baum. Jo. Er hat das gesehen, glaub' ich, dass du da was passiert hast. Er hat auch wieder volles Leben. Er hat richtig auf Nuss bekommen. Nice, 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 nice. Da kommt ein neuer. Ja, rennen wir weiter? Mit Boden, würd' ich sagen. Wir rennen. Scheiß jetzt erstmal auf die Loot. Geht auch um. Die Loot Pinata. Nein. Okay, aber können wir, hast du da nen Speer oder so? Nee, ich hab' nichts aufgrund von ihm. Ist hier noch irgendwas von ihm? Er kommt wieder, der Typ kommt wieder. Ja, 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 er kommt. Und der hier in den, vielleicht rennt er hier rein. Achtung, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, man kann ihn nicht blocken, den Scheiß. Komm, hier zum Baum, zum, 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 komm, 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 komm. Um den Baum, um, knapp um den Baum. Jetzt. Ja. Komm, ein Hit noch. Okay, ich mach' ne Pondage oder so. Ich hab' nichts. Nehmen wir eben den Speer mit. 8 HP, aber... 100 für Credits hab' ich. Okay, 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 ich hör' auf zu bluten jetzt. Oben können wir uns heilen, denke ich. Ja, dann gehen wir da hin. Boah, war das geil, dass er auch noch in diese Falle gerannt hat. Die Fallen sind echt gut, ne? Ja. Also, das ist schon ziemlich nice. Wie kommt man da hoch? Einfach, hier. Einfach an der Seite. Ja. Ha, wir haben's doch überlebt, ey. So ein Shit. Halt du dich. Wobei, ich hör' mich schon ein bisschen. Ich glaub' man kann sich nicht gleichzeitig halten, oder? Ach. Geht's? Ne, macht nix. Dann geh' ich erst mal rein. Mach du erst mal, mach du erst mal. Ich war da schon drin. Ne, bei mir geht... Ah, jetzt. Was jetzt? Hast du ne Waffe eigentlich? Ja, du hast nen Hammer. Hammer. Da ist schon viel Blut drauf. Warte. Komm. Waffel gibt mir die Remote-Kacke. Gar nichts. Hier drin haben wir ne... Das war meine Falle, oder? Ja, ja. Ja, das war meine Falle. Ich heb's trotzdem mal eben auf, weil ich nicht sicher bin, ob's meine ist. Wie viele Treads hast du noch? 63. Machst du auch? Okay, dann heil' ich mich jetzt auf jeden Fall. Dann heil' ich mich jetzt auf jeden Fall. Ja. Oh, wir haben den richtigen Bogen gekriegt aus der Kiste. Den guten. Nice. Und aus der grün. Die blaue Kiste zum Beispiel, die hier drin ist, die kann ich nicht öffnen. Aber ich glaub' das ist ein Fehler manchmal. Ich guck' gleich mal. Ich kann mir vorstellen, weil die zu nah an der anderen Kiste stand, oder so. Ne, ich kann. Naja, ich nicht, weil ich glaub' das die zu nah an der anderen stand. Einmal alles. Ja. Willst du mitnehmen, oder? Ich hab'n Medikit, kannst du ruhig nehmen. Das ist einmal das komplett Arcade. Welches Tier ist das? Achso, die Snare, okay. Äh, Snare, ja. So. Wobei Hepp natürlich trotzdem für die paar Credits verkaufen kann. Okay, ja dann... Wie sieht's eigentlich aus? Wo ist denn die Anzahl der Taten? Was ist im Himmel denn? So, wo sind wir? Vier Teams leben noch. Wir haben zwei gekillt. Ich erinnere noch gar nicht. Die sind unerfahren. Ja. Die wissen gar nicht, wie das läuft. Oh, warte. Craften vielleicht ein bisschen. Obwohl, ne, ich hab' absolut... Doch, Pfeile kann ich craften. Das mach' ich auch. Eigentlich wär' auch ein Blasrohr wieder ganz geil. Das Vergiften ist so nervig, weil du halt nicht wegrennen kannst. Also, was ich halt hier so ziemlich cool finde, ist dieses Steinschere-Papiersystem. Das es halt komplett funktioniert. Halt wegrennen alleine. Ja gut, dann hast du das Blasrohr und schon ist wegrennen keine Option mehr. Haben wir noch irgendwo ein Holz? Äh... Holzmesser liegt hier schon fertig. Ja, das hatte ich eben. Das hab' ich weggebrochen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Hier. Bei mir ist zwei Stück. Komme. Komme. Naja, hier ist ganz viel Holz. Wunderbar. Dann hab' ich nämlich wieder hier die... Blowgun. Pass mal dann zu dem Haus unter der Brücke. Einmal hier. Ne, das ist... War noch ein Stein, damit ich volle Munition hab. Ich geh mal zu dem Haus unter der Brücke. Jo, ich komm nach. War das die Runde, wo ich hier angefangen hab? Ne, das war die letzte. Nice. Jetzt haben wir ein bisschen Gier. Wobei, was heißt ein bisschen? Du hast einen guten Bogen. Wir haben wieder volles Leben. Und wir haben zwei Leute gekillt, ja? Äh, auch Stun Gun. Okay, ähm... Ja, komm, das Ding macht eh kaum Schaden. Dann stunnen wir lieber und machen danach mit Bogen, beziehungsweise... Der Stun Gun ist ja schon mal gut. Ja, der Stun Gun ist auf jeden Fall richtig stark. Hier oben sind nochmal Credits. Wie viele hast du grad für die nächste Kiste vielleicht? Äh, 30. Ah, ist leer. Ach, shit. Das kann hier hinter eigentlich was sein? Hm, vielleicht, aber ist nix. Äh, würde man ja auch von hier aus sehen, wenn da was wär. Das war Loot Pinata, ne? Als wir gekämpft haben. Ja, ne, ja. Das heißt, es wird wieder irgendwas Dickes im Spiel sein. Wenn die Leute sich getraut haben, weil wenn... Das war ja auf jeden Fall nicht los. Wenn die keiner kaputt schießt, dann... Ah, warte, hier sind Credits, man hört sie. It's time to play. Loot Express. In two minutes... Atelier Communication. Das ist nicht das. Sicher? Das ist Radio. Das... Also das links ist Radio. Da war ich... Moment, ja, ich glaub das ist in die Richtung. Hier wo ich jetzt... Auf die... Auf die ich jetzt zurenne. Aber ganz weit hin. Da vorn sind zwei Gegner. Aber unterschiedliche Teams. Okay. Ich komm mal hinter dir her. Ist der alleine? Der ist dann alleine. Weil ich will dann nicht das Zweierteam helfen, weißt du? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Pass auf, pass auf. Da sind... Ich seh jetzt vier Leute. Ja, hier auf den hier vorne. Komm, den machen wir fertig. Dreimal getroffen. Und jetzt hinterher. Ich hab halt nur Fernkampf aktuell. Komm, der kann nicht mehr rennen, hier der eine. Der Pampas. Hier ist zu viel los. Was weg. Ach doch, ich werd geschockt. Ich renne weg. Ich renne weg. Nein, ich kann nicht mehr rennen. Der schockt den ganzen... Bist du das, der mich schockt? Nee, eigentlich hab ich die nicht getroffen, meine ich. Hinter uns kommen die sind alle im Kampf. Fuck, ich bin vergiftet. Ja. Ich glaube, ich hab ihn auch getroffen. Ich renne. Ist nicht du oder? Ich renne schon. Fuck it. Der andere schießt jetzt auf dich. Okay, okay. Ich hab ihn auch getroffen. Ich hab einen. Ja. Der andere ist vergiftet. Leben hab ich noch genug, aber... Komm, komm, komm! Hau ihn. Nice, nice, nice. Der hat... Ich schau mir Medikit rein. Als jetzt noch irgendwas passiert. Fuck. Guck mal, die reden noch ingame. Aber so nett. So, oh mein Gott. Und so. Alter, wie wir aufgeräumt haben, Kunde. Wefferspray nicht hier? Ja. Du hast den Rucksack, ja. Hier. Wefferspray... Ist das noch... Warte. Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Ist leer. Bowie Knife, das ist gut. Moment! Hast du was gedroppt? Ja, 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 ja. Ehm, Blowdart? Den hast du noch, ne? Ehm, jetzt wieder. Ne Blower nehm ich auch mal mit. Warum nicht? Ich hab hier auch eine. Und hier liegt ein Tier 3 Nahkampfwaffe. Oh, nice. Ich hab nämlich nichts für Nahkampf gerade gehabt. Das war richtig bescheuert eigentlich. Okay, wie sieht's denn aus? Ehm, wir bei 1,2er Team und einer alleine noch. Ehm, ich hab 75 Credits. Erstmal würde ich sagen, wir gehen nochmal da hinten verkaufen. Whatever. Ist ja, das Haus ist ja da hinten. Ja. Ehm, dann würde ich mir neue Pfeile craften wieder. Und vielleicht auch Giftpfeile. Warte, hier, Giftpfeile liegen ja schon mal da. Ich heil mich da jetzt einmal voll. Wie viel kann man davon haben? Äh, 12. Ah, wie wir aufgeräumt haben. Wie viel waren das? Du zwei, ich zwei. Ja. Wir sind schon kriminell. So, jetzt hab ich noch 46 Credits, weil ich vorgehalten hab. Ja, dann komm, verkauf du den. Du müsstest doch ein paar geben, oder? Ja, 10. Ja, dann kann ich auf jeden Fall auch eine blaue aufmachen. Achtung! In das Haus hier kommen welche. Lass sie abfangen. Oh, fuck it. Wo ist mein Gift da? Er kommt, er ist genau auf der anderen Seite. Hier, bei mir. Hier muss er sein. Ja. Ahahaha! War das gut, oder was? Das war leider der alleine. Das heißt, wer mit Snorley ist 2 on 2. Oh, und wir müssen dann in die Mitte. Schnell nochmal heim. Ich halte mich nochmal eben voll, genau. Liegt doch noch der gute Bogen, ne? Ich weiß nicht, ob du den... ähm, liegt ein Bogen drin. Ja, ja. Wo liegt der? Auf jeden Fall wichtig. Im Haus! Ah, hier. Okay, und dann müssen wir los. Boah, das war aber ein geiler Hinterhalt. Oh, ja. Den haben wir da noch schön mitgenommen. Unterwegs noch Stock und Stein. Nein. So, ich habe jetzt immer mal 56 Krivils und durch den Rucksack habe ich auch zwei Plätze frei, mehr oder weniger. Wie sieht es bei dem mit Munition aus? 20 Pfeile habe ich. Ich habe halt meinen Poison Dart leider verloren, der liegt irgendwo da vorne. Den habe ich nicht mehr gefunden. 24 Pfeile kannst du haben. 24? Ja. Ah ja, dann mache ich das auf jeden Fall nochmal eben. So. Ja, ich würde jetzt... Ich habe jetzt noch 51. Ist halt die Frage, ob ich damit jetzt irgendwie noch eine Kiste aufmache. Ja, die blauen in der Mitte sind vielleicht ganz wichtig. Während des Kampfes. Ja. Die um die Dingens rumliegen. Bei dir sind nochmal Credits, dann kann ich vielleicht auf 100 sammeln. Ja. Mach das. Dann könnte ich vielleicht noch während des Fights einen Airdrop callen oder so. Wenn wir Stöcker finden, nehme ich die jetzt einfach noch mit. Weil dann können wir die droppen und können uns nochmal Pfeile machen. Oder Bandagen. Oder Bandagen, ja. Ich brauche zwei Credits, dann könnte ich hier callen. Dahinten, komm. Kannst du mir einen Stock oder so zuwerfen oder einen Stein? Ja, ich habe einen Stock. Kann ich dazu werfen, klar. Warte, ja dann verkaufe ich einen Stein. Also ein Stein. Weil ich brauche zwei Credits, ja. Liegt rechts neben dir. Obwohl, nee. Einen Bogen haben wir. Du hast auch einen Bogen, oder? Ja. Ich habe auch einen Bogen. Dann behalte ich lieber die 100 Credits für zwei blaue Kisten. Weil ich hab... Da kommt eh nur der Bogen an. Ja. Okay. Ja, sonst aber die Kontrolle über die Mitte holen. Ja. Das ist jetzt nur noch das 1-2-Effing, oder? Ja. Die haben noch keinen Kill gemacht bis jetzt. Aber die haben gerade was explodieren lassen. Achja, die Pinata. Wir wissen nicht, ob die das waren. Ähm. Noch mehr Rüstung, eine Bandage. Achso, oh. Ne, ne, ne. Passt schon, passt schon. Hier haben wir nichts mehr, oder? Ne, ne. Das sind wahrscheinlich die, die den guten Shit haben, ne? Wobei, ist die Frage, wo hier der Komposit-Bogen herkommt? Äh, den... Der Komposit? Ach, da hast du noch einen besseren Bogen hast? Ähm. Oh, du hast den Hightech-Bogen. Geil. 5-18 Schaden und Bleedeln. Ja, du hast, du hast den Hightech-Bogen. Der ist geil. Der schießt schneller. Willst du eine Kiste jetzt schon aufmachen? Ja, wir können mal gucken. Weil zwei wirst du im Kampf wahrscheinlich eh schlecht machen können. Bowie-Knife-T3, das Knife ist gut, das ist schnell, das ist eine gute Nahkampfwaffe. Mann, ich hab sowieso noch einen Platz frei, ich nimm's erstmal mit. Ja, also ich hab, ich hab das Bowie-Knife ja auch. Ich hab jetzt ja hier die Rohrzange. Jetzt müssen wir vielleicht gucken, ob wir sie sehen. Lass mal in die Mitte hoch. Ja. Und so viel Zeit haben sie eh nicht mehr. Ach, kommen sie. Äh, eh. Osten. Oh, die schießen auch schon auf uns. Oh, fuck, der hat mich getroffen. Ja, ja, geh runter. Ich hab ihn auch einmal getroffen. Links weg, nach links weg, hast du gesehen? Ja. Ich hab getroffen. Wurde getroffen. Okay, warte, ich, um die Ecke, ich will das Bluten aufhören. Oh, shit. Ich versuche mit dem Gift. Hinter mir ein Schocker! Guck dran! Komme, 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 komme. Beide hier, beide hier. Dem einen hau ich aufm Rücken die ganze Zeit, das tut richtig weh. Der eine kassiert! Den einen hab ich! Hab einen! Der eine kassiert! Den einen hab ich! Wir haben's! Wir haben's! Die nächste Runde! Ist das geil! Ich glaub, die haben alle Pfeile verballert, die mussten Nahkampf. Fünf hast du gekillt! Äh, zwei! Zwei! Und ich fünf, sieben Kills diesmal, noch mehr! Sieben von vierzehn! Ja, ich würd sagen, die Runde ist auf jeden Fall mal ein Daumen wert, so gut wie wir waren. Auf jeden Fall! Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! Bis dann! Ciao!